ihr liebes knut von einraum wohnung ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt ich werde euch heute noch mal ein tipp geben für ein richtig tolles camper geschenk im letzten jahr habe ich euch schon mal vorgestellt so eine kleine taschenlampe von phoenix die war wirklich klein die war aus alu die ist brutal hell und die hat einen tollen akku so und dieses jahr stelle ich euch vor nein nicht wieder eine taschenlampe es wäre albern zwei jahre in folge das gleiche vorzustellen nein diesmal ist es eine stirnleuchte und zwar ist das ein weihnachtsset von der firma phoenix und da haben wir reingepackt eine stirnlampe hmr 65r und eine kleine mini funzel die heißt e light und mini funzel klingt so ein bisschen despektierlich sein es ist echt ein fettes teil zeige ich euch jetzt beides mal das eine ist wie gesagt eine stirnleuchte ich setze mir auf kann man es immer am besten zeigen was das tolle an stirnleuchten ihr habt die hände frei wenn ihr meine panne habt und ihr müsst auf euren reifen kommen ihr habt die hände frei oder ihr müsst mal nach dem ölstand gucken oder ihr wollt in den kofferraum bei euch ins mobil krabbeln oder ihr kommt auf die idee im winter noch mal draußen zu grillen wenn es schon dunkel ist oder ihr geht auf den stellplatz und wollte mal gucken ist da noch was frei und ist der platz auch schön oder ihr sitzt im fahrerhaus und wollte man die karte gucken aber daran sieht man schon es gibt zwei völlig unterschiedliche bereiche einmal brauche ich ein licht was ich vorne habe weil ich in die karte guckt möchte den verkehr nicht blenden und man möchte vor allem den fahrer vielleicht nicht stören oder in unserem fall wiebke die fahrerin und wenn ich aber auf den stellplatz geht dann brauche ich wumms dann will ich ja richtig was erkennen also habe ich einmal nahe bereich und hier haben fernbereich und das ist der grund warum diese lampe zwei bereiche hat ich mache die mal an ich zeige euch das mal bämm da sieht man natürlich wieder gar nichts ich mache das mal ein bisschen niedriger sieht man immer noch nichts verdammt hält ich schalte sie mal auf die kleine stufe kleine stufe ist die erste von vieren 1 2 3 4 ist das fernlicht fernlicht hat vier intensitäten und der nahe bereich den kann man auch variieren der hat 1 20 niedrigste 1 2 3 hat also auch drei verschiedene stufen und ich kann natürlich auch beide zusammen machen so das schon mal ein riesen vorteil was ich richtig toll finde ist dass auch diese lampe ein akku hat denn wann sind die batterien leer wenn ich irgendwo den wallach unten stehe ich will irgendetwas draußen machen ich habe lange die lampe nicht benutzt ich so sie raus und batterien sind leer und ich habe keinen ersatz batterien dabei diese hier werden einfach mit usb aufgeladen und man hat lange spaß daran und apropos lange das finde ich eine tolle geschichte da muss ich phoenix echt loben die haben hier ein kleines tüchchen dabei und da ist zum beispiel eine dichtung drin für dieses batterie fach denn die batterie muss ja auch bei regen immer schön trocken bleiben und falls diese dichtung mal kaputt geht liegt hier gleich eine ersatzdichtung bei das nenne ich eine schöne geste in richtung nachhaltigkeit ja apropos nachhaltigkeit das ist kalt das gehäuse ist metall es ist alu und von daher haben wir hier wieder etwas sehr sehr hochwertiges in hand jetzt wollt ihr wissen wie lange diese leuchte leuchtet ja dazu gucke ich mal in das faltplatz ist alles sehr klein muss leider die brille abnehmen das ist wahrscheinlich altersbedingt ich bin ja 40 geworden also 2009 ich gucke mal rein also in diesem bereich mit den mit der mit dem fernlicht haben wir vier abstufen das heißt es geht von 1000 lumen da hält sie vier stunden bis hin zu 50 lumen da hält sie 90 stunden 90 stunden und für den nahbereich haben wir auch drei abstufungen und der reicht von 20 stunden und jetzt haltet euch fest bis 280 stunden also nehme ich die niedrigste leuchtkraft und den nahbereich damit mit 280 stunden mit einem satz akku bedient das ist doch super oder also mir gefällt das richtig gut und jetzt habe ich ja gesagt ist auch noch so eine kleine leuchte dabei ist die nicht so was hier das sieht aus wie eine spielerei ja und was kann sie natürlich so eine taschenlampe können sie leuchtet das ist schön da kann ich ein schlüsselloch mit finden und sowas aber ich kann ja normal darauf drücken und dann brüllt sich schon mal ein bisschen mehr los und wenn ich nochmal drauf drückt dann geht es aber richtig rund also das heißt kleine lampe heißt nicht dass sie nichts kann und diese lampe kann sogar noch mehr wenn ich da jetzt länger drauf drücke dann leuchtet sie rot drücke ich nochmal darauf hängt sie an zu blinken drücke ich nochmal drauf wie sie polizeilicht blau und wenn ich sie nochmal drücke dann ist der polizeieinsatz da und wozu ist das jetzt wichtig das will ich euch gerne zeigen wenn wir die stirnlampe auf haben und nach vorne alles ausleuchten weil wir zum beispiel am joggen sind dann sehen wir nach hinten im prinzip völlig ungeschützt was so die sichtbarkeit angeht diese phoenix beschriftungen die reflektieren zwar aber aktiv leuchtet nichts und dann nehme ich diese kleine leuchte und clip die hinten dran und jetzt bin ich auch nach hinten optimal abgesichert also ich habe eine kleine lampe für die hosentasche wenn ich jetzt zum beispiel irgendwo essen gehe und will danach zum wohnmobil kommen dann kann ich damit den weg ausleuchten aber ich kann sie auch als signal lampe benutzen hinten an diesem gurt und wie lange leuchtet die wenn das ding blinkt sind es 22 stunden wenn es habe ich leuchtet dann sind es acht stunden und wenn ich diese weiße lampe vorne nehmen mit seinen drei abstufungen ist das irgendwas zwischen eine stunde 40 und 20 stunden also auch eine echt beachtliche zeit ich weiß schon dass diese lampe früher oder später in wiebkes besitz übergehen wird denn wiebke liest wirklich sehr viel und nervt mich manchmal kolossal weil sie dann irgendwie dahinten licht an hat damit sie lesen kann mit dieser lampe kann sie 280 stunden wann 280 habt ihr aufgepasst ist das jetzt mit der brille ja 280 stunden wiebke kann 280 stunden nonstop lesen ohne dass der alte hinten aufwacht das ist doch mal eine gute geschichte wenn ihr noch eine gute geschichte hat dann schreibt sie bitte den kommentar und ansonsten ich wünsche euch allen einen schönen tag und schaut mal wieder vorbei es gibt demnächst weitere tipps für camper bis denn